Ja, mit Tod, hab keine Waffe. Ey, Mann, wie schlecht bist du denn, als ob du jetzt stirbst? Jemand, du sagst, wie schlecht ich bin, ey, das geht gar nicht. Jo, Leute, was geht? Hier ist wieder Lüppix und zwar heute gibt es ein weiteres Soundboard-Trolling auf meinem Kanal. Ich habe ja wieder eine Community-Abstimmung gemacht, dabei ist das Ergebnis sehr überraschend ausgefallen. Und zwar 66% von euch wollten, dass ich mit Arjen mal ein Soundboard mache. Vielen, vielen Dank für eure netten Kommentare und vielen, vielen Dank für den Support in letzter Zeit. Wenn ihr im nächsten Video eingeblendet werden wollt, dann schreibt einen Kommentar mit dem Hashtag TeamLüppix, würde mich sehr freuen. Folgt mir gerne auf Instagram, Lüppix, Jigia, sich dort und joint meinen Disco-Server, Link ist in der Beschreibung. So, Leute, wie ihr vielleicht bereits am Titel erkennen könnt, versuchen wir mit Arians Stimme heute Spieler in Random Duos zu trollen. Wenn ihr nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, das ist ganz einfach zu verstehen. Und zwar, ich habe mir ein Soundboard installiert, haben mir Sounds aus Arians Videos rausgeschnitten. Die ganzen Sounds belege ich mit Hilfe von Hotkeys auf der Tastatur. Wenn ihr genau wissen wollt, wer das Soundboard ich verwende, dann schaut euch oben rechts gerne mein Tutorial dazu an. Damit das Ganze noch realistischer rüberkommt, habe ich mir noch einen Fake-Arian-Account organisiert. Viele von euch fragen sich auch, wie ich immer eins zu eins diesen Namen bekomme. Aber das kann ich euch leider nicht sagen, weil sonst würdet ihr doch alle meine Namen klauen. So, Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, tragt gerne einen Supporter-Creator-Code LBX in euren Itemshop ein und abonniert diesen Kanal, um weitere Videos dieser Art nicht mehr zu verpassen. 85% von euch haben mich nicht abonniert, also wenn euch meine Videos gefallen, abonniert gerne diesen Kanal, das würde mich sehr freuen. Aber, Leute, ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert, wir starten mit dem Video. Let's go! So, Leute, hier sind wir schon in der ersten Runde, ich bin gespannt, ob er mich erkennt. Let's go! Hallo? YouTuber Arians, bist du der echte Arians? Hallo? Hallo, bist du der echte Arians? Hallo? Hallo? Äh, ja, ich heiße Arians. Bist du der echte? Ja, ja, was meinst du? Bist du der echte Arians? Äh, ja, ich heiße Arians. Wirklich? Äh, wir landen zur Abwechslung Malztrauti. Wie heißt du? Arthur. Na klar, wie viele Winters hast du schon? Kannst du mir eine Freundschaftsantrage bitte schicken? Weil das ist das erste Mal, dass ich einen YouTuber gefunden habe. Ich feiere deine Videos so hart, das ist so selten. Ich bin nur einmal in meinem Leben, ich bin nur einmal in meinem Leben, ich bin nur einmal in meinem Leben, einmal durchgezockt, einfach so, dann überstand ich in meiner Lobby, also in meiner Lobby nicht, aber in meinem Match, in meinem Team und dann hat er verlassen. Alter, das war safe, ich mit Standard-Skill-Account. Was? Hallo? 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 Bist du Deutscher? Hallo. Ja, das ist der YouTuber! Das ist der YouTuber! Arians! Äh, ja, ich heiße Arians. Äh, wir landen zur Abwechslung Malztrauti. Hallo? Hallo? Arians? Hab ich schon ein Video? Ja, was meinst du? Hm, vielleicht. Oh mein Gott, ich gucke ständig deine Videos und nimm mal. Wie heißt du? Willst du nicht sagen? Wie viele Winters hast du schon? Willst du das auch nicht sagen? Ich lande blaues Haus unten. Bei mir ist ein Gegner. Er ist bei mir, er ist bei mir, hier! Hinten, hinten! Er ist da! Kommt mit zu mir! Er ist hier vorne, da! Er bot sich gerade was ab. Kommt hoch! Hab einen! Hallo? Ja, you speak German? Bist du Deutscher? Wer bin ich? Äh, wir landen zur Abwechslung Malztrauti. Arians? Ja, ich heiße Arians. Oh mein Gott, alles klar. Hast du gerade ein Video? Hm, vielleicht. Oha, mein Kopf hat für Arians. Ich hab einen los. Ich dachte, es muss ein random Duo spielen. Auf einmal so, Arians. Oh mein Gott. Ich lande blaues Haus unten. Ich auch. Ich bin oben. Bei mir ist ein Gegner. Ich weiß. Oben. Gibt's nichts? Nein. Warte, ich kann Gott nicht, wirklich. Warte, Mama. Ganz, ganz kurz. YouTube, Arian. Hallo? Wer kennt's nicht? Der steckt erstmal das Headset aus. Bist du Arian? Ja, ich heiße Arian. Willst du noch einmal reden? Und wieder hat er sein Headset ausgesteckt. Wir landen zur Abwechslung als Zauti. Ey, du bist doch der aus YouTube. Wer? Was meinst du? Ey, machst du gerade Video? Hm, vielleicht. Dega, dafür braucht er nicht so laut die Headset reinbrölen. Das ist wirklich, hä? Alter. Bist du bitte abgesprungen? Wo bist du denn? Komm hier, komm hier. Ey, nein. Soll ich das Gegner haben. Scheiße, ich sterbe. Ja, mit Tod. Ich hab keine Waffe. Ey, Mann. Wie schlecht bist du denn, als ob du jetzt stirbst? Junge, du sagst, wie schlecht ich bin. Ey, das geht gar nicht. Das ist mein Brunner, wenn ich spiele, ich bin besser. Und schon wieder hat er sein Headset ausgesteckt. Bei mir ist ein Gegner. Oh, wie ist er echt? Ey, das ist nicht auf mein... Ich bin nicht auf meiner Accounts von meinem Bruder. Mein großen Bruder. Und das sind nicht meine Settings. Weil sonst wäre ich besser. Oh, seid Spätzer. Ist doch so. Warum? Ich hab doch auch jetzt gelangen, dass... Ja, ich hab jetzt was rausziehen. Ey, du musst die jetzt alle rasieren, okay? Junge, alles nur deine Schuld. Weil du gestorben bist, Alter. Hä? Was? Hallo. Hi, Arjan. Hallo. Bist du Deutscher? Nein. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, ja, ich heiße Arjan. Ich kenn mich von YouTube. Was? Wo willst du landen? Nee, egal. Äh, wir landen zur Abwechslung im Hals-Tour-Team. Wie heißt du? Julian, du? Wie viele Wins hast du schon? Äh, 350 knapp. Seit wann spielst du Fortnite? Drei. Wie alt bist du? 15. Äh, was? Wie? Ich lande blaues Haus unten. Ich gehe... rotes. Ey, hier landen so viele. Alles wenn. Kann ich aufnehmen. Das ist okay für dich. Ja, was meinst du? Äh, Lüte. Na klar. Was? Wie random. Ich hab halt nur eine... Hier liegen keine Waffen. So viel Glück muss man erstmal haben, um die Dinge in der Dunkel zu kommen. Hallo. Moin. Hallo. Bist du Deutscher? Ja. Na klar. Wie heißt du? Ja. Wo willst du landen? Elos hier. Komm jetzt heute, Junge. Auf was für Ideen kommst du? Wie viele Wins hast du schon? 40. Seit wann spielst du Fortnite? Hallo? Hallo? Willst du nicht sagen? Wie alt bist du? Willst du das auch nicht sagen? Bei mir ist ein Gegner. Wenn du jetzt stirbst, ne? Ey, Mann. Wie bist du denn? Als ob du jetzt stirbst. Alles nur deine Schuld. Weil du gestorben bist, Alter. Wie alt wie alt? Willst du toolk aqui? Noch ein crews. Und jetzt isst du und ichlaf. Ich ideist. Nur den나. Murray. Lebendig. ziemlich lustig geworden. Das war es jetzt meinerseits. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.